Welche Rolle spielte Helmut Schmidt eigentlich bei der Entstehung der Künstlersozialkasse? Und waren seine Ohrbeschwerden auch eine Art von Dysakusis? Darum geht es in diesem Video. Erstmal eine ganz kurze Erklärung, was die Künstlersozialkasse eigentlich genau ist. Dazu hier ein Screenshot von der Homepage der KSK. Sie saugt mit der Durchführung des Künstlersozialversicherungsgesetzes dafür, dass selbstständige Künstler und Publizisten einen ähnlichen Schutz in der Sozialversicherung genießen wie Arbeitnehmer. Weiter unten. Selbstständigen Künstlern und Publizisten steht der gesamte gesetzliche Leistungskatalog zu. Das ist nicht selbstverständlich. Soweit ich weiß, ist das Künstlersozialversicherungsgesetz bzw. die KSK relativ einzigartig in ihrer Art und Weise, wie wir sie haben. In Kraft gesetzt wurde sie 1983. Hierzu auch ein kleiner Screenshot. Das Künstlersozialversicherungsgesetz bezog als rechtliche Grundlage erstmals zum 1. Januar 1983 die selbstständigen Künstler und Publizisten pflichtweise in die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung ein. Die Einführung der KSK geht auf Dieter Lattmann und Herbert Ehrenberg zurück. Herbert Ehrenberg ist ein ganz interessanter Name bei der ganzen Geschichte. Hierzu ein paar kleine Infos. Von 1976 bis 1982 war Ehrenberg Minister für Arbeit und Sozialordnung in der sozialliberalen Regierung von Helmut Schmidt. 1983 gründete der studierte Ökonom zudem die Künstlersozialversicherung, die KSK. Und damit sind wir bei Helmut Schmidt und seine Bedeutung für die Entstehung der Künstlersozialkasse. Nur der Vollständigkeit halber, Helmut Schmidt war Bundeskanzler von 1974 bis 1982. Hier mal ein weiteres Screenshot. Der Künstlersozialbericht der sozialliberalen Bundesregierung stellte 1975 fest, dass der soziale Schutz von freiberuflichen Kulturschaffenden lückenhaft ist. In seiner Regierungserklärung von 1976 sagt Bundeskanzler Helmut Schmidt zu, diesen Zustand beseitigen zu wollen. Was das eigentlich genau bedeutet, war mir früher auch nicht klar. Also ich bin ja aufgewachsen als Musiker. Da gab es die Künstlersozialkasse. Also es ging bei mir los ja in der zweiten 80er Hälfte. Da ging es darum, ja, Künstlersozialkasse war ja schon da. Ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken gemacht, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass es die gibt. Soweit ich weiß, ist Helmut Schmidt so ziemlich der einzige Spitzenpolitiker aus der Geschichte der Bundesrepublik, der sich der Kunst und Musik sein Leben lang verbunden fühlte. Hier ein Ausschnitt aus seinem Wikipedia-Eintrag. Aber auch zur Musik hatte Schmidt ein besonderes Verhältnis. Er war es beispielsweise, der als Bundesverteidigungsminister die Big Band der Bundeswehr ins Leben rief. Und dann noch weiter hinten. Schmidt litt in seinen letzten Lebensjahren darunter, wegen seines nachlassenden Gehörs Musik nicht mehr genießen zu können. Hier werden die Ohrprobleme von Helmut Schmidt auch angesprochen. Ich habe dazu neulich ein Short gemacht. Hier ein ganz kleiner Ausschnitt nochmal dazu. Wenn ich hier am Klavier sitze und vor mich hin fantasiere, weiß ich, wie es wahrscheinlich klingt. Aber für meine Ohren ist es schlimm. Ich glaube, hier kommt mir verstimmt vor. Dabei ist es gar nicht verstimmt. Also für mich klingt das nach einer speziellen Form von Dysaccuses. Das Klavier klingt verstimmt, obwohl es gar nicht verstimmt ist. Der Begriff fällt in dem Zusammenhang nie. Das kann ich mir insofern auch erklären, weil viele Ärzte und auch H&O's ja diesen Begriff Dysaccuses gar nicht so in ihrem Repertoire haben. Aber für mich klingt das in die Richtung. Was ich speziell finde, ist, dass in einigen Artikeln und Büchern, die ich zum Thema Helmut Schmidt gelesen habe, auch dieses Symptom als Spätfolge eines Knalltraumas aus dem Zweiten Weltkrieg erklärt wird. Also der lag da ja schon 60, 70 Jahre zurück. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das wirklich losging mit den Ohrbeschwerden in der Richtung bei Helmut Schmidt. Das wäre natürlich eine Spätfolge, die erst nach vielen Jahrzehnten auftritt. Aber es klingt für mich wirklich als eine mögliche Art der Dysaccuses. Wie auch immer, für jemanden, für den die Musik eine solche essentielle Rolle sein Leben lang gespielt hat, war das natürlich eine harte Nummer. Was man jetzt von Helmut Schmidt als Person denkt oder wie man jetzt seine politische Leistung einordnen würde, sei es als Bundeskanzler oder auch sonst. Aus meiner Sicht als Musiker kann ich nur dankbar sein, dass wir in den 70ern einen Kanzler hatten, der der Musik oder der Kunst allgemein so zugetan war. Ich werde in einem anderen Video ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, welche Rolle die Künstlersozialkasse, sprich das, was Helmut Schmidt angeleiert hat, in meiner persönlichen Krankheitsgeschichte für eine Rolle gespielt hat. Die Links zu den Quellen findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Abonnierbutton, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute, auf dass ihr gut krankenversichert seid. Das war's Gute, auf dem Laufenden. Das war's Gute. Vielen Dank.